Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem Video. Das neue Hebräisch ist ja wahrscheinlich die jüngste Sprache der Welt und durch die bunte Zusammenstellung der israelischen Gesellschaft und dadurch, dass so viele Sprachen in Israel gesprochen werden, kommen natürlich mit der Zeit auch sehr lustige Wörter und auch Ausdrücke zustande. Ich wollte ja für euch zehn Wörter aus dem Hebräischen zusammenstellen, die man nicht übersetzen kann. Das war aber sehr schwer, sich auf zehn wirklich tatsächlich einzuschränken. Deswegen habe ich 13 Wörter auf Hebräisch, die man nicht übersetzen kann. Ich verlinke euch einen Artikel, wo es noch mehr lustige Wörter und Ausdrücke aus dem Hebräischen gibt. Der erste Ausdruck ist Chavalalazman. Wörtlich bedeutet er, schade um die Zeit. Doch er wird benutzt, wenn man ausdrücken möchte, dass man von etwas total begeistert ist, dass es eigentlich schade ist, dass man so wenig Zeit dafür hat. Der zweite Ausdruck ist animeta aleja. Und das bedeutet wörtlich, ich bin tot über dich. Das meint man aber als Liebeserklärung. Also sowas wie, ich bin verrückt nach dir. Ausdruck Nummer drei ist Chuzpa. Gut, Chuzpa muss man wahrscheinlich nicht übersetzen. Diesen Ausdruck gibt es auch im Deutschen, den man eben aus dem Hebräischen übernommen hat. Und Chuzpa ist ja, wenn man dreist ist, wenn man eine gewisse Grenze überschreitet. Und Chuzpa kann sowohl im Negativen als auch im Positiven benutzt werden. Man muss dabei nur auf den Ton hören. Also der Ton sagt quasi an, da muss man ein bisschen feinfühlig sein. Ach, Chuzpa! Dann ist natürlich gemeint, dass jemand so dreist ist, dass man es nicht so toll findet. Aber es gibt so, der hat Chuzpa. Da meint man, dass jemand etwas, ja auch so ein bisschen mit Druck fordert, was ihm vielleicht zusteht. Das meint man dann positiv. Ausdruck Nummer vier ist Stuyotbemiz. Wörtlich bedeutet das Quatsch im Saft. Und die Bedeutung davon ist, wenn etwas ein absoluter Quatsch ist, totaler Quatsch, dann sagt man Stuyotbemiz. Ausdruck Nummer fünf ist Stamm. Stamm bedeutet wörtlich einfach. Es wird aber in ganz vielen verschiedenen Situationen benutzt. Es wird als Weil benutzt. Es wird aber auch benutzt, wenn man sagen will, ist irgendwas nicht wichtig. Oder man meint sowas, ach, ich mach nur Spaß. Ach, Stamm. So, in dem Sinne. Ausdruck Nummer sechs ist Davka. Und Davka ist vielleicht für Deutsche am einfachsten zu erklären. Das ist sehr ähnlich wie das Wort Doch. Und bedeutet das Gegenteil. Und da gibt es in sehr, sehr wenigen Sprachen ein Wort, das das Gegenteil ausdrückt. Und im Hebräischen ist das Davka. Ausdruck Nummer sieben ist Neshama. Neshama bedeutet wörtlich Seele. Aber meistens wird das benutzt, wenn man meint, meine Süße, meine Liebe. Dann sagt man Neshama. Ja, meine Süße. Sowas in der Richtung. Ausdruck Nummer acht ist Alapanim. Und wörtlich bedeutet das auf dem Gesicht. Die Bedeutung von diesem Ausdruck ist aber schrecklich. Also, wenn etwas schrecklich ist, dann sagt man Alapanim. Zum Beispiel, wenn man sagen möchte, das Essen heute war einfach nur schrecklich, dann sagt man zum Beispiel Alapanim. Also, wörtlich wäre das, das Essen heute war auf dem Gesicht. Ausdruck Nummer neun ist Sof Haulam Smola. Das bedeutet wörtlich am Ende der Welt und dann nach links. Die Bedeutung von diesem Ausdruck ist Mitten im Nirgendwo. Ein kleiner Tipp, es gibt auch einen israelischen Film, der heißt Sof Haulam Smola und der ist wirklich super. Ausdruck Nummer zehn ist It was strange. Es heißt Kapara Alekha. Wörtlich bedeutet das Sühne über dich. Und Kapara ist ein Ritual, das man an Yom Kippur macht. Die Bedeutung von diesem Ausdruck ist allerdings, du Schätzchen oder du Süße. Sowas in die Richtung. Also, ja. Die Verbindung erschließt sich mir auch nicht so ganz, aber das bedeutet Kapara Alekha. Ausdruck Nummer elf ist Yalla. Und Yalla kommt ja aus dem Arabischen und bedeutet Los geht's. Und Yalla wird benutzt, wenn man auch tatsächlich sagen möchte, komm, los geht's, wir gehen. Oder oft wird das auch im Hebräischen, im Neuen Hebräischen benutzt. So, sowas wie, na gut. Also, man sagt das zum Beispiel Yalla, bye. Also, okay, tschüss. So. Ausdruck Nummer zwölf ist Titchadesch oder Titchatschi für eine Frau. Die wörtliche Bedeutung des Wortes ist sei neu. Und man sagt das, wenn jemand etwas Neues gekauft hat, eine neue Sache, dann sagt man ihm viel Freude mit der neuen Sache und sagt man Titchadesch oder Titchatschi. Und Ausdruck Nummer 13 ist Parapara. Parapara bedeutet wörtlich Kuh, Kuh, also Kuh, die Mu macht. Die Bedeutung davon ist langsam, ein Schritt nach dem anderen. Das bedeutet Parapara. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen mit hebräischen Wörtern und Ausdrücken, die man nicht so richtig übersetzen kann. und schaut euch den Artikel an, den ich euch verlinkt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.